Nehme ich mal an Auch die Hilfe Zack Oh 8 Platz 8 Platz mehr hält er Da können wir gleich mal was austauschen Was haben wir denn? Plus 5 Rüstungen Bring Parkers Bericht zu Magistrat Solomon Am Ne nach Seenheim im Rotkammgebirge Ziehe den Ehrenfreund Okay, da werden wir jetzt gleich mal hingehen Aber zuerst werden wir hier ein bisschen Gibt es eine Möglichkeit Eine Tasche auszulagern Hier diese hier Die würde ich gerne auslagern Hä? So Die würde ich schließen Dann möchte ich die Tasche hier rein haben Und die dafür benutzen Zack Jetzt haben wir dann eine größere Tasche Und dann können wir eh alles erstmal verkaufen Können wir denn hier was verkaufen Bei irgendwem Ach wir können hier gar nichts verkaufen Na gut Wir gehen dann zu diesen Äh wir können dann ja eh Jetzt erstmal zu Diesen Magistrat gehen Diesen Heini da Der hier oben scheinbar ist Ähm Und Da ist bestimmt noch was zum Verkaufen Aber erstmal gucken wir hier nochmal Haben wir denn hier jetzt irgendwas zum Man haben wir doch was bekommen Hier das haben wir bekommen Das ist Kette Das ist der Brief Das ist noch eine Tasche Das ist scheiße Das ist Das ist eigentlich geil hier Das ist eigentlich geil Wegen der Rüstung Aber Da das Äh Ja aber das ist so ein Ich kann das noch nicht tun Nicht genug Energie So Bing Äh Jetzt will ich mal kurz gucken wie die Zeit so ist So Äh so Ach das ist ja noch Hallo Geht ja noch Voll klar Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit Ach man Das ist aber schade Und da oben sehe ich den Flugpunkt Den ersten Den wir Manuell aktivieren müssen Weil Der nicht Äh In unserer Flugpunktliste drin ist Da ist doch der Flugpunkt Genau das wird dann auch mal gekennzeichnet mit so einem Ausrufzeichen des grünes Dass der Flugpunkt noch nicht aktiviert ist Dann machen wir hier mal kurz Zack Und der ist aktiviert Was kann ich für euch tun Und das können wir auch hier hin Und dann können wir theoretisch auch wieder nach Sturmwind zurück Aber was sagen wir denn da jetzt momentan Oh Schau mal an Da ist eine Quest Aber da hinten Da müssen wir erstmal über die Brücke War gut dass hier eine Brücke ist Der was immer Ein kleines Dörfchen So Dann holen wir uns hier mal Unsere Quest Unglück Oh Wir können ja aber viel machen Was ist das? Angelehrer Ach wir haben ja schon angeln Findet Nieders Halskette Moment Eins Es ist genau hier Wahrscheinlich müssen wir Lol Karte rausgesumt Vielleicht müssen wir tauchen Oder wir müssen angeln Ich hoffe mal nicht dass es angeln ist Weil da muss ich mich noch ausstatten Lese ich gleich nochmal den Quest Text ein bisschen durch Ist hier die Quest Oder Zum abgeben Ne wahrscheinlich hier Huch Hä Wieso ist denn hier nur Ach da hinten ist das Fragezeichen Gut hier erstmal Tötet zehn beliebige Murlocs im Immerose Aber es ist schaffbar Und hier Was kann ich für euch tun? Der Bericht einmal Wir haben Ruf Gefarmt Ne gar nicht Doch haben wir aber für unsere eigene Gilde Nö Seid gegrüßt Ähm Findet den Gnomecorder Was ist denn das? Gnomecorder Wie ein Camcorder Ich will hier jetzt die Heizkette machen Ne erstmal will ich verkaufen Dann will ich die Heizkette machen Kann ich denn verkaufen? Was geht euch durch den Kopf? Aha Okay So was haben wir denn hier jetzt noch alles Das kann weg Kann weg Das kann auch weg Das kann weg Das kann weg Das und das kann weg Das bleibt Das weg Das weg Das weg Das weg Das auch Das auch Das auch Obwohl das war verkochen ganz gut Aber nö Erstmal nicht Oh Weg 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 So Jetzt sind wir erstmal wieder ein bisschen Äh Jetzt haben wir wieder mehr Platz meine ich So Es muss hier irgendwo Muss hier bei der 1 Muss der Ring sein Und ich hoffe mal nicht dass es Angeln ist Deswegen lesen wir jetzt nochmal den Crestex durch Wir fahren in die Halskette Wir sind in die Halskette Geangelt Und auch schon die Umgebung ab Ich befürchte dass sie in sein See gefallen ist Äh Bla 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 Ähm Diese fehlt Bla bla Achso Na gut Wenn sie im See gefallen ist dann heißt es wahrscheinlich runterspringen Blinkt hier irgendwas? Halskette 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 Warum liegt die nicht einfach so mitten auf dem Boden? Diese Halskette Wird total toll wenn sie da auf dem Boden liegen würde Da muss ich jetzt wirklich das Angeln oder Glaube ich aber nicht Ne das ist ein Gnome Corder Das ist die falsche Quest Ähm Ich befürchte dass sie in den See gefallen ist Unsere Eltern wollen nicht dass wir sie im See schwimmen Dass wir Ne Dass wir im Schwes- Äh In Schwesem Ja Äh Im See schwimmen gehen Meine Mama sagt unter Wasser gäbe es fiese Wesen Aber ihr seht nicht aus als ob ihr Angst vor den fiesen Wesen hättet Ja das Problem ist ich sehe keine fiesen Wesen Die irgendwie Okay Süßwasseral aber Der Tod ist Aber ich sehe keine Halskette Und keine fiesen Wesen Wo zum Teufel Wo zum Teufel kann das sein Das ist ja irgendwie ganz schön Ich suche jetzt einfach das ganze Gebiet hier ab Das ist ne Quest Oder was ist dieses Das sieht so aus Das wäre ne Quest Hier so Ich glaube heute ist der Unterbrechungstag Tag der Unterbrechung Schon das dritte Mal Das ist doch Das sieht aus wie ne Quest Das Symbol Aber ich glaube eher nicht Machen wir hier kurz Hier Ne ist einfach nur irgendwie so ein komisches Whatever Aber Trotzdem such ich Einstes Wasseral Da ist es Oh da hinten Ah Toll was für ne Range hast du Ich habe zu wenig Energie Strange Aber da hinten ist die Kette Und ein Aal Noch nicht verraten Und ne quest Und eine quest Und eine quest Genau hier Hallo Hallo Tüte Stopf Wanz Und nehmt Stopf Wanz Hau Hau an euch Wer ist Stopf Wanz Willst das Ich kenne die nicht Hau an euch Hab ich jetzt alle Queste angenommen Oder Also Die ich momentan Lag Momentan annehmen kann Oh was haben wir hier Kochkunst Ja toll Will ich aber nicht Hab ich schon Ansonsten werden mir hier keine Quest angezeigt, die ich noch annehmen kann, aber abgeben kann ich. Ja, ich hab eine Halskette hier, ähm, und danke. Miau. Aha. Natürlich. Ähm, was machen wir als nächstes? Als nächstes, denke ich, machen wir... Was ist denn die 1? Wir holen uns den Murlocs. Ja, warum nicht? Warum denn nicht Murlocs geben? Was war das denn? So, ich bin auch so, dass wir hier oben sind gekommen. Ich dachte schon, hä, was ist das für eine Quest, die so ein mega, ein mega hohes Level braucht. Doink. So, und wir sind jetzt hier in den Murlocs. Was ist hier?